ARD Text im Auftrag von Funk Gut, Jungs. Auf geht's. Ja, dann mal auf die Rollen hier. non Platzeria beauty und cares. Glowscombers Garant. Jetzt gibt esきます, das Intermediativ ist jetzt geschafft. Nichts, dass eine Whiche es gefühlt gibt und prove cheapest ist. Ja, dann wird es gefeiert. Worst du hier ist, ist ja obtained das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wir kriegen jetzt über Provin. Okay, Hagen, jetzt gut Augen aufhalten. Hey, das ist, glaube ich, ein Bewohner. Okay. Und dann jetzt nochmal, äh, zu Strong to Rock. Ja, vollkommen. 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 Ja. Ja, vollkommen. 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 Okay. So, gleich vorsichtig, was Waffeneinsatz angeht. Gleich sind unsere Jungs bei Tom's Ruck. Also dann wirklich nur schießen, wenn ihr wisst, das ist der Feind. Ich kann eh nicht schießen, also von daher ist alles gut. Wie sieht der Feind überhaupt aus? Das ist eine gute Frage. Wenn der eine Kalaschnikov hat, ist er Feind. So sieht er dann aus. Das kann man auch gut von dir oben sehen, ob der eine Kalaschnikov hat oder eine M4. Unsere Jungs fahren in grüne Uniform. Das ist richtig. So, wir überfliegen jetzt gerade ein RIP-Boat. Ja, wir haben unsere Jungs gerade überflogen. Hier fährt's groß bei mir. Linke Seite. Okay, ruhig mal ranzoomen und gucken, ob du da irgendwas waffenmäßig erkennen kannst. Ja, wir sind schon drüber. Ja, wir sind schon drüber. Man geht mal gut. Jetzt glaube ich auch in die Richtung von unseren Booten. Ja. Ja, gut. Tja, wenn die einen Medivac brauchen, ey, post Mahlzeit. Da kannst du nirgendwo landen. Hm. Doch, hier auf den Reißfeldern, oder? Ja, aber weißt du, wie weit das weg ist? Aber wir sind davon hier unten aber und so auf, da geht's. Kann man nicht in den Reißfeldern landen? Ja, Reißfelder stehen ja unter Wasser. Ja, aber wir sind da jetzt tief, oder? Okay, die erste Bodenbesatzung geht jetzt an Land. Na ja, Hagen, das Problem ist halt wirklich, dass es extrem weit weg ist, ne? Ja. Von der Position. Okay, Yuki, jetzt zieh mal den Kreis ein bisschen enger. Ja, verstanden. Aber die haben das Carmelo bei ja nicht. Ja, aber der kann auch mal Erdschelze machen. Das ist richtig. Der Arzt ist zum dritten Booten. So, Sichtkontakt zu eigenen Truppen. Nichtkontakt im Boot. Mehrere Personen. Würde ich jetzt so sagen. Die Waffen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber das Boot sieht ziemlich voll aus. Ich glaub, die haben wir jetzt auch angehalten. Ja, also unter uns wuselt auf jeden Fall Infanterie. 1-1, hier 2-2, kommen. 1 1 1 vermutet gesichtete infanterie zwischen toms rock und kanto also westlich von toms rock kommen so verstanden vermutet gesichtete infanterie zwischen toms rock und kanto westlich von toms rock kommen korrekt 2 2 ende leute die müssen der seite hinter wuchs vorwärts sein was denn das boot also scheiße ich habe jetzt ein problem ich habe überhaupt nicht ah ziel im kreis noch ein bisschen enger also schon ganz gut so ist ganz gut die entfernung Da hast du wieder wegdriftet, Alter. Ja, das merk ich. Richtig fübel. Du leigerst immer so ein bisschen nach links aus. Ja, das ist richtig fübel, Alter, das Ding. Bei dieser niedrigen Geschwindigkeit ist doch hier ein fliegender Sandsack, Ding. Glaube ich, ja. Scheint aber nur ein fahrender Händler oder sowas zu sein hat. Ja, scheint ein böses Land. Der fliegende Sandsack hier, Alter. Bei der Geschwindigkeit. Okay, durchstarten, durchstarten, durchstarten. So, also ich glaube der Beschuss kam aus Richtung West. Kann das sein? Ja. Ja. 1-1, hier 2-2, kommen. 1-1, wir waren gerade definitiv unter Beschuss aus Richtung West von Tom's Rock, kommen. 2-2, Ende. 2-2, Ende. 2-2, hier 1-1, Frage ist, wie wäre es bei Montage passiert? Bitte wiederholen. Frage ist, wie das könnte ich im Einsatz zu ziehen, dann im Gerad der Tanzfüllung kommt? Äh, ich schätze 60 Minuten. 60 Minuten, verstanden, Alter. Sehr gut. Okay, dann geh jetzt mal ein bisschen westlicher von Tom's Rock. Wir gucken mal, ob wir die ausfindig machen, von wo wir Beschuss reinkriegen. Da vorne Richtung Nord-Hosterstorf. Richtung Nord-Hosterstorf. Ja, ne. Ich probiere erstmal genauer an. Ah, Zivilisten. Oh, ja, warte. Okay, da sehe ich was, da sehe ich was, da sehe ich was, da sehe ich was. Okay, Zivilisten. 1-1, 4-2-2, kommen. 1-1, komm. 1-1, in Kanto. Definitiv Zivilisten, ich wiederhole. Zivilisten, kommen. So, vom Start des Befassungsdienstes in Kanto. Die Zivilisten, kommen. Ähm. Toms Rock, kommen. Die Zivilisten, kommen. 2-2, Ende. Also Yuki, wieder Toms Rock und das gleiche Spiel ging wie vor hinten. Ja, mach gar nicht. Toms Rock, komm raus. Vieler schön kreisen, du kennst das Spielchen, ja. Ja. Äh, jetzt müssen wir aber wirklich vorsichtig sein, weil ich habe keine Ahnung wo die gerade sind. Und dadurch, dass wir jetzt gerade 10 Minuten raus waren, äh, bin ich da jetzt nicht mehr so im Bilde. Okay, da fliegt Leuchtspür, äh, am Berg von, 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 von Rings Rock. Ja, ich sehe die Tracer. Und befinden uns im Feuergefächt. Endlich. Ja, okay. Wir haben gerade auch... Wo? Ja, ich sehe die Tracer. Ja. Ja, ich sehe die Tracer. Ja. Ja, ich sehe die Tracer. Kannst du ein bisschen näher ran? Ja. Ja. Ja also... Ja. 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 Okay, die Rückseite scheint feindfrei zu sein. Schau, direkt auf Richtung Nordf, das ist unsere 3 Uhr gleich. Ja, okay, aber ich kann leider... Kriegenbeschuss von direkt unter uns. Ja, von unter uns, ja. Ja, okay. 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 Add-on, pump block. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber hier gibt es ja keine Straßen drauf, denn ich komme zum Insel hier. Was sind die Straßen? Hier gibt es ja gar keine Straßen. Natürlich gibt es ja keine Straßen. Nur Wasserstraßen. Richtig. Was ist daran so natürlich? Das ist Vietnam zu der Zeit. Ach, das ist heutzutage immer noch so. Ja, das ist richtig Natur. Straßen sind ja nicht natürlich. Sieht hier ein bisschen aus der Amazonasgebiete. Das hier ist noch rein zur Natur. Ja. 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 2241, Frage, schießen Sie kommen? 1122, nein, derzeit kein Feuer von uns kommen. Verstanden, wir schießen nichts, Ende. Oh, was schießt er los? Direkt vor Ort. Hagen, deine Seite. 1122, kommen. Jetzt sind wir in der Fächung. Superstar. Okay, Hagenfeuer 1. 2-2 Ende. Merkt ihr die Position? Ja, war genau die Spitze da oben, da wo die Schleife ist. Wir werden gleich nochmal einen Head-Up machen, dann gucken wir, ob wir beide drauffeuern können. Nach vorne weg. Okay. Wenn ich langsam noch fliegen soll, sag Bescheid. Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt, wo der Geschuss herkam. Also wenn du unter 100 bleibst, dann kannst du das gut mit spielen und schießen. Ich kann auch unter 50 bleiben. Ne, ne, 100 ist schon, 100 ist schon. 100 ist schon. 100 ist schon gut. War das denn bloß hier, oder? Bitte? Ne, der andere, der Korn, ne? 22211, kommen. 22 hört, kommen. Nehmen Sie alles westlich vom Ufer von Kantao unter Beschuss. Ja, genau da. Feuer, halt. Alles am westlichen Ufer von Kantao unter Beschuss nehmen. Wir befinden uns nicht dort. Wir befinden uns hauptsächlich bei Ponce Rock und in die Richtung von Kantao. Und bekommen von Kantao Feuer rein. Kommen. So verstanden. Wir werden Angriff auf Kantao und dort alles westlich unter Feuer nehmen. Kommen. Kommen. So korrekt. 1, 2, 1, 2, 1. Ok, habt ihr gehört. Richtung Kantao. Das ist bei Toms Rock dahinten und alles was westlich praktisch von Kantao ist. Wow. Alles was westlich von Kantao ist, nehmen wir jetzt erstmal unter Feuer. Ja, alles klar. Machen Head-On. Die kriegen von da nämlich gerade ziemlich heftigen Beschuss rein. Ja, der Monty feuert mal los. Wo schießen wir jetzt genau hin? Gucken wir auf die Karte. Da ist der Ort Kantao. Da. Ja, und westlich von da sollen Feinde sein. Ok. Also geradeaus quasi jetzt gerade. Auf 12 Uhr. Kommt raus, komm! Weiter! Jetzt werden wir jetzt keine Unkirad auf den Boden ankommen. Die werden wahrscheinlich vorher an irgendwelchen Ästen stecken bleiben. Ist egal, das ist Show of Force. wir zeigen und wir gucken jetzt wie geil wir sind weil ich gar nicht fliegen kann alter ich habe noch 74 schuss in dem magazin dann habe ich noch zwei magazine ich habe jetzt noch zwei volle ok dann machen wir jetzt noch mal eine 70 leer und dann warten so verstanden ich wäre es mit piloten melde mich jetzt wo guck mal ob wir bei tomt rock irgendwo landen können oben auf dem fern ja so ja ja lasse ich mich das mal angucken am besten auf dem bunker oben drauf hehehe ey ich wollte wahrscheinlich irgend den reinschmeißen ey shit man aber ich glaube hier neben daneben hast du keine chance wir sind auf dem berg rum ja oder irgendwo das nächste feld also ziemlich eng werden ja ich glaube das wird nichts kannst du vielleicht daneben irgendwie so langsam runter gehen dass wir hier reinschmeißen können und dabei hammern an irgendeiner feldkante es wird nichts 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 1 1 4 2 2 kommen 1 1 0 komm das landezone ist ziemlich schlecht hier keine möglichkeit zu landen kommen von der seite ist vielleicht schon nicht ne das ist alles zu steig ja da hängst du überall runter das hauptsache ne ist ok machen wir nicht es ist zu gefährlich oder was naja wenn er quer so irgendwie ja wobei hier guck mal hier vielleicht landet er mal bitte auf die bäume auf landet er mal bitte auf die bäume auf landet er mal bitte auf die bäume auf und geben sie mir die koordinaten durch ja mach das nie wieder mit mir 2 2 Ende ich steig mal eben aus Juki ja ja 1 1 4 2 2 kommen 1 1 0 wir sind jetzt die zwei verletzten auf weg durch halte die position so verstanden bitte wir brauchen nachher die sehr 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 ich fast sm nachher im Die müssen uns die Qualitäter mitschicken. Versteh'n Sie leider nicht! Bisschen, bisschen lauter, Sir! Ich hab kein Wort verstanden, aber wir starten jetzt wieder! Wir sollen den Start mitbringen und ihre Leute wieder hierher schaffen! Dankeschön! So, sind die Verwundeten an Bord? Ja! Dann los! Dann los! Alle Verletzten sind wieder draußen, alle wieder fit! Ah, okay! Dann starten wir wieder! Juki! Sehr gute Arbeit! Dafür sind wir jetzt gelandet? Ja, klar! Die mussten, weil unser Helikopter da... 2-2-1-1 kommen! 2-2 hört, kommen! Ähm... Die Verwundeten sind gerade wieder bei Ihnen ausgestiegen! Sie müssen nicht zurück zur Base! Kommen! Ja! Habe ich gerade mitgekriegt! Vielen Dank für die Info! Kommen! Stammbein! Stammbein! Boah! Boah! Alter, sind meine Hände schwitzig jung, ja! Ich glaub's dir! Aber das war ne Meisterleistung! Das war echt eine super Landung! Alter! Jung, ja! Also es war anstrengender als die ganze Inventur auf Arbeit, Alter. Boah, Junge. 2-2 kommt. 2-2 hört, kommen. Blicken Sie zurück zur Basis und versorgen Sie uns mit einer Kiste Munition, kommen. So verstanden, RTB und Munition holen. Sollen wir dann wieder hier zum Dingensrug kommen? Positiv, wir halten es vom Schlott und warten auf die Warnkunft. 1-1 zu Ende. Okay, yuppie, RTB, wir holen Munition für die Jungs und dann musst du diese Meisterleistung gleich nochmal machen. Ja, am Arsch, ey, die sollst du ein vernünftiger LZ suchen, ey. Sag dir das mal, das war ja nicht nochmal, ey, das war jetzt nur Notfall. Die sollst du ein vernünftiger LZ suchen. Ah, das kriegst du doch mal hin. Junge, ja. Ich kann nicht voll sprechen, ey. Ey, das hast du gerade so gut gemacht, also... Alpha 2-2 für Mike 3, komm. Ja, danke für die Blumen, aber... Und das war immersiv echt mega geil, muss ich wirklich sagen. Alpha 2-2 für Mike 3, komm. Lauf, äh... Ich kann nicht mehr fragen, ob es die offene Fall ist, komm, komm, komm. Äh, nee, komm, komm. Ich kann ja auch vorbei sein, dritten zu fliegen. Die Boote in Feinden oder Einheimen überlassen, das probieren Sie nicht. Wer ist das erste Mal, dass wir unsere Fahrzeuge zurücklassen? Ja, aber wer soll ich das nicht tun? Okay, eigentlich nicht. Da bin ich ja eigentlich auch dagegen, aber meistens machen wir es immer so. Ja, aber nur weil wir es meistens immer so machen, müssen wir es ja heute so machen. Sagt Ihnen mal bitte, dass Sie Ihre Ärzte bewegen sollen. Ich habe keine Lust Artillerie für Top zu werden. Das Artilleriefeuer... Ja, okay. 1-1, jetzt wurde es halt auch hin. Nee, da ist ja was mitgeflogen gerade. 1-1, hört, kommt. Die Einschläge kommen ein bisschen gefährlich nahe. Wie lange dauert muss wir eben auch? Kommen. Wir kriegen die Verletzungen leider nicht über den Geflogen oder Standby. Welche Einschläge kommen? Äh, hier ist doch Artillerie runtergegangen. Kommen. Ah, Negativ, Toy. Äh, Informationsfalle. Ähm, wir haben die, ähm, Dinge... Scheiße. Wir haben diese blöde Base gesprengt und die Wasserfotänen sehen zu sehen, die ignorieren sie gekonnt. Okay, so verstanden. 2-2 Ende. Ähm. Oh, Mann. Ach, hast du gehört, oder was? Ja. Was denn? Die haben die Base da oben gesprengt und die Wasserfotänen, die ignorieren wir einfach mal gekonnt. Äh, ich bin nochmal ganz kurz AFK. Ich muss mal ganz dringend wohin. Ja, alles klar. Die sind Kleinteile von der Base jetzt, oder was? Ja, wahrscheinlich. Achso. Aber sieht gut aus, wie so ein Springbrunnen. Oh, Mann, ey. Sprit ist ja ganz schön gut, Scheiße, oder? Ja. Wir kriegen die Verletzungen nicht über den Fluss. Ja. Können sie hier ins Boot packen und auf der anderen Seite rüber fahren? Gehen wir nicht rüber. Oder rüberwerfen. So weit ist, ey, ich noch nicht wahr, damit es funktioniert. Die Wandflüsse ziehen beim Sprümmen. Ne. So ein Kopf, ey, ist ganz praktisch, hier sind so ein Bergekopf. Ja. Da sollen wir dann mit verletzen. Ja. Verletzt ist drin, glaube ich. Ja. Achso. Ja, ist okay. Sind wir an Deck? Äh, Monty, was wir noch machen müssen, ist mit der Squat-URL. Mir ist vorhin eingefallen. Was für eine Squat-URL? Squat-URL. Squat-XML. Nein, ich glaube. Nein, ich glaube. Nein, ich habe gesagt. Außer, was sich gar nicht geändert hat, oder was ihr auch gleich? Äh, ne, wir behalten ja auch, wir bleiben ja für uns zur ATD. Alles klar. Ja. Ne, aber wenn das wirklich angeht, dann melde ich mich für die Flieger an. Bei uns. Ja, das ist ja dann, kommt ja nachher, also im Endeffekt läuft es genauso sonst auch, dass dann halt bestimmte Schlots für bestimmte Gruppen freigegeben sind. Also bei uns werden es dann halt zum Beispiel Grenadiere, Panzerleute und Flieger. Das hier ist nicht vergisst. Ja, das, ja. Ja. Alles immer cooler, um mal größere, äh, für uns zu bauen, nicht? Die Fahrzeug 1 sind bereit zu abfahren. Alle drin? Jawohl. Jawohl. 2-2 starten. Starten, starten, starten. Wir können los. Auf der Weg. Wie lange brauchen wir, circa? Eine Minute. Alles klar. Nicht mal. Schnell, es geht. Ich lang hier, hier schon circa über 10 Minuten. Wir haben nicht passiert seit. Hier braucht sogar 1.000 km lang, nicht schnell loszufahren, am Tag. Sehr voll. Fahrner sind im Landeantflug. Sehr schön. 20 Siggis noch. Oh, das wird eine steile Kurse. 10 Siggis. 10 Siggis. Ja, diesen Soldatenflavor, den könnten wir hier aber auch verschimmeln lassen. Nee, nee, nee. Ja, aber auch, das klingt ja nicht. Okay. Hehehehehe. Katschen. Ja. Na ja, was war denn? Grundfeier am Fahrzeug. Ja, ich konnte noch aufstellen. Ja, ich klinge hier. Das ist wohl da. Oh, ich klinge hier. Oh, nein. Oh, nein. Okay. Kolonne fährt. Okay, wir setzen uns in Bewegung. ich mache hier bei flavor halbw ihr könnt direkt was wir fliegen schon wieder schau wir hätten die betten hier platziert doch warum fliegen wir denn schon wieder ohne die warum fliegen wir jetzt schon wieder los mann monty hör doch mal zu sagt dass wir wieder auf dem weg den konvoi 1 1 wir sind wieder auf dem weg um den konvoi zu basen hier sind wir auf dem weg zur base wo ein offene Loch nach hinten ist. So ist noch deine Füße an. Die sollen schon irgendwo hier auf dem offenen Meer schon fast sein. Da sind sie. Ach, da vorne. Das ist das Thema Ratschicht. Wir fliegen nur mal mit dem schneller als die Bahn. Ja, er sagte sowas nicht.